drei tipps um strom zu sparen tipp 1 schalten sie die lichter in den räumen aus in denen sich niemand befindet tipp 2 bei technischen geräten gilt lieber ausschalten statt standby modus vor allem der fernseher wenn gerade niemand guckt tipp 3 abschaltbare steckdosenleisten reduzieren ihre betriebskosten und verhindern dass geräte strom beziehen die eigentlich ausgeschaltet sind achten sie auch auf geräte mit hohem verbrauch wie wasserkocher und bügeleisen